Hallo liebe Brettspielfreunde, wie in meinem Video zur dritten Edition von Talisman, das ich vor einiger Zeit gemacht habe und da setze ich noch eine Notiz oben in die Ecke, wer sich das anschauen möchte, wie ich also dort versprochen habe, gucken wir uns heute mal Talisman in Deutsch an, in der Ausgabe, in der es zuerst in Deutschland erschienen ist. Die basiert auf der englischen Second Edition, also auf der zweiten Ausgabe und ist ursprünglich 1983 bei Games Workshop erschienen, also das Spiel ursprünglich ist 1983 erschienen in der Erstausgabe und ich glaube die Second Edition kam dann 1985, bin ich gerade nicht sicher. Auf dieser beruht dann auch die deutsche Erstausgabe von Mitspiele. Ja, wie ich auch schon in meinem ersten Talisman-Video gesagt habe, was ich zur dritten Edition von Games Workshop gemacht habe, geht bei den meisten Fantasy-Brettspielern kaum einen Weg an Talisman vorbei. Oder aber zumindest die Generation, aus der ich stamme, die also einen Großteil ihrer Jugend in den 80ern verbracht hat, die sollte das kennen, denn das Spiel war relativ verbreitet und hat dann auch, denke ich mal, zu einem großen Teil Fantasy-Brettspiele populär gemacht in Deutschland. Und aber auch international war Talisman natürlich recht bald ein bekannter Name. Ja, was macht Talisman so besonders oder warum gibt es bis heute Ausgaben dieses Spiels und warum hat es eine Popularität in den Jahrzehnten dazwischen? Ja, nicht verloren würde ich nicht sagen, ich denke mal, das schwankte dann doch ziemlich, aber warum ist es immer noch beliebt? Wenn es nicht beliebt wäre, würde man ja keine neuen Ausgaben machen. Und ich denke, das liegt an zwei Dingen. Zum einen einer sehr schönen Fantasy-Welt, in die man eintauchen kann, die über viele, viele Illustrationen eben diese ganze Geschichte hier lebendig macht. Und zum anderen durch sein simples Spielkonzept, das für einen Haufen Überraschungen und Unvorhersehbarkeiten sorgen kann, weil es halt sehr, sehr, sehr zufallsbasiert ist. Und weil es jeder sehr schnell verstehen kann. Außerdem erlaubt es so ein bisschen das Eintauchen ins Rollenspiel, denn man kann halt in seinen Charakter, den man hier verkörpert, hineinschlüpfen. Und das macht in der Regel solche Sessions mit Freunden natürlich noch unterhaltsamer. Als wenn man halt, sag ich mal, die jedoch unter dem Strich recht stumpfe Mechanik des Spiels einfach nur runterwürfelt. Ja, Talisman war wie gesagt auch für mich in meiner Jugend sehr prägend. Es zählte sicherlich zu den wesentlichen Einflüssen, die mich dann auch generell zum Fantasy-Hobby gebracht haben, zu Rollenspielen gebracht haben. Und ja, wir schauen uns heute mal ein bisschen näher das Spiel an. Gleichzeitig zeige ich euch halt mal diese Erstausgabe und die Optik. Ich habe in meinem Video zur Third Edition sehr viel schwadroniert über die Artwork von Gary Chalk, die hier halt zum Glänzen kommt. Gary Chalks britischer Fantasy-Künstler, der halt für mich seinen Platz im Olymp meiner persönlichen Fantasy-Zeichner eben, seit ich ihn kenne, einnimmt und verteidigt. Und insofern sieht es mir nach, wenn ich da also ein wenig anfange, über ihn und seinen Artwork zu schwärmen. Aber wie immer bei Artwork ist das natürlich Geschmackssache. Und viele bevorzugen halt die neueren Editionen, die ein etwas geleckteres Outfit haben, einen Outlook haben, beziehungsweise eine grafische Gestaltung, die natürlich vielleicht noch ein bisschen dichter ist und farbenprächtiger ist. Aber nun ja, sei es drum. Ihr seht hier auf den Schachteldeckel meine Ausgabe, die ich kürzlich nochmal erwerben konnte. Mein persönliches Exemplar von Talisman ist leider über die Jahre irgendwann mal bei einem Umzug verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Ich glaube, es kann auch sein, dass mal ein Wasserschaden dabei war. Jedenfalls, diese Ausgabe hier ist wirklich top erhalten. Minimalste Macken und ein tolles Exemplar an sich. Gut, dieses tolle Cover von Chris Achilles. Robert Harris hier ist der Autor des Spiels. Er spricht für sich. Und ja, ist für mich auch eines der All-Time-Favorite-Cover für Spieleboxen geblieben. Das gefällt mir halt einfach super und auch der Künstler ist klasse. Und ja, gemeinsam also, wie der Titel verspricht, sollen wir hier gegen Tod und Teufel streiten. Und dazu schauen wir hier auf das üppige Spielfeld. Worum geht's in Talisman? Ich beginne mal damit, dass man einen Abenteurer verkörpert. Einen Helden, mit dem man in diesem Land von Talisman, was hier vor uns ausgebreitet liegt, in drei Ebenen, der äußeren Ebene hier unten, die hier einmal komplett rumgeht, da oben, der mittleren Ebene und der inneren Ebene, sich über diese Ebenen halt ausbreitet, dargestellt wird. Und hier in der Mitte befindet sich das Feld der Krone der Herrschaft. Das ist unser Ziel. Im Talisman möchte man mit seinem Abenteurer als Erster da oben ankommen, um dann halt die Macht an sich zu reißen und sozusagen zu herrschen. Dabei muss man dann allerdings noch seine Widersache ausschalten, wenn sie denn nicht von sich aus bereitwillig aufgeben, wenn man dort oben angekommen ist. Gut, aber wir greifen dem Ganzen mal nicht vor. Schauen wir mal, werfen wir mal einen Blick auf die Charakterkarten, die dem Spiel beiliegen. Und da stellen wir halt fest, dass das hier so ein bisschen Rollenspielanleihen hat. Diese Figuren werden über eine Reihe von Attributen definiert, wie man hier am Rand sehen kann, hier am Beispiel des Ritters. Er hat ja hier einen Stärkewert, er hat einen Talentwert. Er hat auf der anderen Seite seine Lebenspunkte, das Gold, was er im Laufe des Spiels verdient oder verliert, in vielen Fällen auch. Und hierunter kann er die im Laufe des Abenteuers bei seiner Reise durch das Land von Talisman erworbenen Gegenstände und Begleiter anlegen, die ihm neue Fähigkeiten verschaffen. Jeder Charakter hat besondere Fähigkeiten, die also nur ihm zur Verfügung stehen, die er nutzen kann. Er hat außerdem noch eine Gesinnung, die wir hier oben sehen können, und den Ort, an dem er das Spiel beginnt, also wo er auf dem Land Talisman sozusagen, in der Welt von Talisman anfängt. Ja, und auf diese Weise sind hier also ein ganzer Haufen von Charakteren mit den wundervollen Zeichnungen von Gary Tronk hier eben aufgeführt, die für viel Abwechslung sorgen. Jeder hat hier wirklich seine ganz besonderen Fähigkeiten. Der eine besticht halt mehr durch seine Kampfkraft, der andere hat Fähigkeiten zur Manipulation von Dingen oder der Kaufmann hier hat Vorurteile beim Einkaufen von Sachen. Andere sind halt pfiffig, können irgendwelche Dinge kombinieren und so weiter und so weiter. Und man findet hier also eine ganze Reihe von typischen Fantasy-Figuren, Fantasy-Rollen und Fantasy-Charakteren und Ikonen, mit denen man dann das Abenteuer bestreiten kann. Die Wahl des Abenteurers ist laut den Regeln zufällig. Man kann zum Beispiel zwei Karten ziehen und dann sich für einen von beiden entscheiden, so hat man eine kleine Auswahl. Man kann sie natürlich auch vorher festlegen, wenn das jeder schon weiß, was er gerne spielen möchte und wählt sich dann halt eben den entsprechenden Charakter aus. Und ja, ihr seht hier also wirklich super unterschiedliche Rollen, die hier vertreten sind. Sogar einige bekannte Fantasy-Monster kann man hier übernehmen, die auch nach der Krone der Herrschaft trachten. Magier, Schurken und so weiter sind hier dabei. Interessant sind, dass die Zauberer hier irgendwie fast alle böse sind. Und selbst die Zauberer, wenn man beim Schwarzen Magier das schon annehmen würde, so ist auch der normale Zauberer hier böse. Aber das bringt wohl die Beschäftigung mit den magischen, finsteren Mächten mit sich. Ich habe dieses Spiel jetzt hier schon mal ein bisschen vorbereitet, damit das alles schneller geht, weil ich garantiert zu diesem Spiel auch wieder eine Menge zu labern habe. Und da werfen wir mal kurz einen Blick drauf. Wir haben hier unten die Wahrsagerin einmal. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Hier seht ihr, sie beginnt mit zwei Stärkepunkten, vier Talentpunkten. Ihr Startbeginn ist die Kapelle. Sie hat hier noch keine Gegenstände. Natürlich am Anfang noch keinen Begleiter. Das muss aber nicht so sein. Einige Figuren können durchaus auch schon mit Gegenständen beginnen. Ein Goldsack, das ist der Standard, mit dem die Charaktere beginnen. Und sie hat einige Fähigkeiten darin, Zauber einzusetzen. Das kann man halt auch nur, wenn man einen bestimmten Mindesttalentwert hat, nämlich drei, dann darf man einen Zauberspruch besitzen. Bei vier oder fünf Talent darf man zwei besitzen und ab sechs Talentpunkten oder mehr darf man drei Zauber besitzen. Das ist dann das Maximum, was man haben darf. Ja, einen kurzen Überblick will ich jetzt hier nochmal geben. Hier ist der Dieb. Der ist neutral. Ich habe also mal von jeder Gesinnung eine Figur ausgewählt. Der beginnt in der Stadt und der darf anderen Spielern Gegenstände stehlen, wenn er mit ihnen auf einem Feld zum Stehen kommt. Und er darf sich, wenn er auf dem Markt ist, darf er sich auch Gegenstände stehlen. Da muss man aber würfeln, was man da bekommt. Er ist ausgeglichen, was seine Werte angeht, drei und drei. Und ja, die Lebenspunkte habe ich noch vergessen hinzulegen. Jeder hat am Anfang vier Lebenspunkte. Die lege ich gleich noch dazu. Und dann haben wir jetzt noch den Meuchler. Der Meuchler ist schon ein bisschen spezieller als Charakter. Er hat, ihr seht, hier fängt er mit fünf Stärke an. Die Pappmarker, die dem Spiel beiliegen, ich werde hier mal wieder zurückzoomen, die seht ihr hier. Ja, das ist halt wirklich, wirklich basic, was so eine Produktionsqualität der Mitte 80er entsprach. Einfachste Pappmarker und ja, die halt hier für Stärke, Talent und Lebenspunkte stehen, sowie hier die Goldsäcke, um den Reichtum des Spielers festzuhalten. Ja, der Meuchler, um nochmal auf den kurz zu sprechen zu kommen. Der Meuchler hat die Möglichkeit, andere Spieler meuchlerisch umzubringen oder Feinde, denen man natürlich auch begegnet auf seiner Reise durch das Land. Und ja, normalerweise, das werden wir gleich noch sehen, im Kampf hat jeder noch einen Wurf eines Würfels, der zur Kampfkraft addiert wird, wenn man gegeneinander antritt. Hier, wenn der Meuchler sozusagen den Gegner überraschen kann, dann haben die diesen Wurf nicht und nur er selbst darf durch einen Wurf seine Kampfkraft nochmal erhöhen. Ja, das ist eigentlich auch so seine spezielle Fähigkeit, die ihm natürlich dabei hilft, irgendwann im Spiel, ob nun früher oder später, bleibt natürlich jedem überlassen, seine Gegenspieler wie auszuschalten. Gut, so platziere ich mich hier mal wieder so ein bisschen in der Mitte. Alle Figuren kriege ich hier so nicht drauf, aber ich schwenke dann ein bisschen hin und her und wir werden mal ein paar Runden spielen. Und wir werfen nochmal einen Blick auf das Spielfeld. Ihr seht also hier in der unteren Ebene, also der äußeren Region, wie das Ganze sich hier nennt, dort ist halt so eine relativ mitteleuropäische Landschaft, durch die wir wandern. Es gibt hier Waldfelder, Äcker, Wiesen, ein Friedhof. Und auf jedem dieser Felder, begrenzt eben hier immer durch diese dünnen schwarzen Linien, dieses Feld ist sozusagen ein Spielfeld, auf das man dann ziehen darf. Und es gibt ja eine Kapelle, wenn man hier oben weitergeht, findet man dort hinten noch eine Stadt. Ihr seht, dass dort bereits der Meuchler und der Dieb das Spiel beginnen, während unsere Wahrsagerin mit der guten Gesinnung in der Kapelle beginnt. Und ja, hier gibt es noch ein Dorf, eine Dorfschenke, Ruinen, die etwas gefährlicher sind, da darf man zwei Karten ziehen. Und ansonsten ist eigentlich so diese, die äußere Region eben so die moderateste, in der man das Spiel halt beginnt. In der mittleren Region sieht es dann schon anders aus, die erreicht man nur über einige zusätzliche, einen zusätzlichen Aufwand, den man betreiben muss. Hier, wenn man über die Treppe in die mittlere Region wechseln möchte, muss man diesen Stehleinen Wächter besiegen zum Beispiel. Der Vorteil, es gibt noch andere Möglichkeiten, man kann mit Flößen über diesen Fluss hier, der die Region trennt, übersetzen. Es gibt eine Möglichkeit im Dorf, wenn man dort Glück hat, einen Magier zu treffen, der einen dann hier übersetzt. Ihr seht es hier zum Tempel. Und ja, durchaus auch noch andere Karten, denen man hier begegnen kann im Spiel, die es einem erlauben, die Ebene zu wechseln. Man kann auch durch den Kauf einer Axt auf dem Markt in Feldern, hier unten in den Waldfeldern zum Beispiel, Bäume fällen, um sich dann in Fluss zu bauen, um überzusetzen. In die andere Region auch das geht. Was unterscheidet die Region jetzt massiv eigentlich von der, also die mittlere von der äußeren, ist eigentlich, dass es hier mehr Felder gibt, auf denen mehr Karten gezogen werden. Und wenn man also auf einem solchen Feld zum Stehen kommt, wie dieser schwarze Kater hier zum Beispiel, dann ist es halt so, dass man eben Karten zieht. Und unter diesen Karten können natürlich auch Feinde sein. Je mehr Karten man also zieht bei einer Begegnung, desto riskanter ist es natürlich, dass man mehrere Feinde darunter hat. Oder dass andere, unliebsame Ereignisse treffen können. Es gibt auch noch einige speziellere Felder hier oben, die das Ganze etwas gefährlicher machen. Der schwarze Ritter hier zum Beispiel knöpft einem Gold ab. Und wenn man das nicht hat, muss man mit seinem Leben bezahlen, also einen Lebenspunkt verlieren. Ja, und die Wüste hier hält für Leute ohne Wasservorrat auch unliebsame Überraschungen bereit. Auch da wird man von der Hitze dann gematert. Und eine Besonderheit hat diese Region hier eben noch. Es gibt hier oben die Höhle des Hexenmeisters. Und dort muss man in den Besitz eines Talisman kommen, eines Gegenstandes, der nicht umsonst dem Spiel seinen Namen gibt. Denn nur mit dem Talisman gelingt es einem am Ende, durch den Wechsel in die innere Region, die am gefährlichsten ist, über das Tal des Feuers schließlich auf das Feld der Krone der Herrschaft zu gelangen. Ohne Talisman ist das unmöglich und man müsste umkehren. Es gilt also nicht nur als erster hier oben zu sein, sondern eben auch während seines Abenteuers, das man jetzt anfängt zu erleben, irgendwie in den Besitz eines Talismans zu kommen. Dieser Hexenmeister ist die sicherste Quelle. Man muss dort eine Aufgabe erfüllen, die ausgewürfelt wird. Und wenn man die erfüllt hat, dann gibt er einem einen Talisman. Es gibt aber auch durchaus Möglichkeiten, den Talisman zufällig zu finden. Nur darauf kann man sich halt eben nicht verlassen. Gut. So viel zum Spielüberblick. Und wir schauen uns jetzt mal an. Beginnen mal einfach mit dem Dieb dort oben in der Ecke, der auf dem Stadtfeld steht. Und eine Runde setzt sich jetzt so zusammen, dass der Spieler, der dran ist, einen Würfel würfelt. Und ich lege nochmal schnell die Lebenspunkte-Marke an die Figuren, damit das hier alles seine Ordnung hat. Und dieser Würfel zeigt einem nun an, wie viele Felder man sich bewegen kann. Ich lege hier unsere Würfelschale mal hinten, oder meine Würfelschale und Würfel mal. So, wir haben jetzt eine 3 gewürfelt. Der Dieb beginnt jetzt das Spiel. Und er hat nun die Möglichkeit, sich für eine der beiden Richtungen zu entscheiden. Das heißt, er kann seine 3 Felder in diese Richtung gehen. Und er kann seine 3 Felder in diese Richtung gehen. Das kann er sich natürlich vorher alles anschauen. In diesem Fall ist es eigentlich ziemlich egal, denn in beiden Fällen kommt er mit einer 3 auf eine Ebene. Das ist einmal hier dieses Feld. Oder das Feld hier oben. Eine Ebene ist ein normales Feld, wie ein Ackerland oder ein Waldland. Man zieht hier eine Karte und schaut, auf was man dort trifft und muss der Karte eben begegnen und den Anweisungen der Karte folgen. Wenn dort schon Karten liegen, das gilt auch für andere Felder, dann zieht man keine Karten nach. Beziehungsweise nur so viel, wie noch fehlen, laut Angabe auf dem Feld, das man ziehen soll. Es gibt nämlich durchaus mehr als genug Möglichkeiten, dass Karten dort auf dem Feld auch liegen bleiben. Und für spätere Begegnungen oder auch andere Spieler eben gelten. Okay, diese Karten, die man dort zieht, sind die Abenteuerkarten. Und die bilden das Herz des Spiels. Diese Abenteuerkarten treiben Talisman voran. Sie sorgen für die ganze Abwechslung, für die Unbewegbarkeiten. Man weiß ja nie, was da kommt. Es kann das schlimmste Monster im Spiel sein. Es kann aber auch einfach ein Goldsack sein, den man ohne Probleme einstreichen kann. Diese Karten sind nicht nach den Ebenen sortiert, sondern sind ein großer Stapel. Ihr seht es hier. Ich stelle die Kamera wieder hin. Das ist hier der Stapel der Abenteuerkarten. Der ist also relativ dick. Und von dem wird nun gezogen. Das mache ich jetzt. Ich ziehe die oberste Karte. Ich habe die vorher gemischt. Ich habe noch keine Ahnung, was hier passiert. Und ich ziehe den magischen Gegenstand. Die Heilige Lanze. Diese Abenteuerkarten sind eigentlich relativ simpel aufgebaut. Sie haben alle hier oben so eine Zahl in der Ecke. Die steht für die Reihenfolge, in der die Karten abgehandelt werden müssen, wenn man mehrere Karten auf einem Feld ziehen muss. Hier zieht man nur einen. Und die Heilige Lanze hat nun folgenden Text. Spieler mit böser Gesinnung dürfen die Heilige Lanze nicht an sich nehmen. Wenn du die Heilige Lanze besitzt, darfst du während eines Kampfes einen Punkt zu deiner Stärke addieren. Und oder im Kampf gegen einen Drachen drei Punkte zu deiner Stärke addieren. Ja, das ist schon mal ein ziemlich guter Gegenstand. Der Dieb ist erfreulicherweise neutral. Er ist also nicht böse. Deswegen kann er die Heilige Lanze auch an sich nehmen. Das macht er, indem er sie halt eben einfach ausrüstet. Und dann legt er sie hier unten unter seine Gegenstände. Und vier Stück davon darf man tragen. Es sei denn, man hat irgendwelche Karten, die einem mehr Gegenstände erlauben. Wie zum Beispiel den Packesel. Und wenn man vier Gegenstände hat, dann muss man halt entscheiden, wenn man neue findet, welche man davon behalten möchte, welche man wegwirft. Ja, und das ist auch schon sein Zug gewesen. Man würfelt also, zieht seine Figur auf ein Feld, folgt den dortigen Anweisungen, folgt dann gegebenenfalls Anweisungen auf Karten. Und führt nach deren Ausführung, ist es nun, ist der Nächste dran. So, eins haben wir noch vergessen. Wir dürfen für unsere Wahrsagerin, ich werde das hier mal ein bisschen komisch rumhantieren mit der Kamera. Weil das doch hier ein bisschen Platz braucht alles. Die hat ja noch die Fähigkeit, man kann jetzt hier, ich zoome mal ran, sonst hat man den Schatten hier im Bild. Auf Punkt 1 könnt ihr sehen, man beginnt das Spiel mit einem Zauberspruch. Das haben wir noch nicht gemacht. Wir ziehen mal vom Zauberspruchstapel da oben in der Ecke eine Karte. Und schauen wir mal, was das für ein Zauber ist. Okay, den Zauber hat sie. Und Zaubersprüche sind einige nicht, sondern die Karte im Spiel, die Kartenart, die man eigentlich von den anderen Spielern immer verdeckt hält. Also die Wahrsagerin, der Spieler oder die Spielerin des Wahrsagers oder der Wahrsagerin guckt sich das halt an heimlich und legt den Zauberspruch dann eben auch verdeckt ab. Damit die anderen halt nicht wissen, über was für Mächte sie da noch verfügt. Ja, als nächster Spiel wäre der, sagen wir mal, dass der Mäuchler dran ist. Wir gehen jetzt mal so im Uhrzeigersinn durch. Und der Mäuchler macht jetzt seinen Zug. Der Spieler würfelt wieder einen Würfel für die Bewegung. Diesmal hat er eine 5 gewürfelt. Damit kommt man 5 Felder logischerweise weit. Wenn er hier in diese Richtung geht, hier runter geht, würde er auf das Ackerland kommen. Da zieht er auch eine Karte. Und wenn er in diese Richtung geht, käme er auf die Ebene. Da zieht er dann auch eine Karte da oben. Ich kann natürlich aus verständlichen Gründen die immer zum Rand hingedruckten Texte schlecht auf den Kopf drehen. Dann werden wir hier welche ewig immer hin und her laufen. Ja, er entscheidet sich aber hier in der Nähe der anderen Charaktere zu bleiben fürs Erste. Und entscheidet sich hier auf das Ackerland zu gehen. Dort zieht er jetzt auch eine Karte. Und zwar hier vom Abenteuerstapel. Und schaut, was ihn da wieder fährt. So, und er trifft auf den Berserker. Das ist ein Monster, ein Feind, wie man sehen kann. Und es hat eine Stärke von 3. Darunter haben wir noch ein bisschen Text. Der Berserker berserkiert in dieser Gegend und bleibt besser bezogen wurde. Dann ist er hier noch nicht gestorben, sondern wird um die Anzahl an Feldern eines Würfelwurfs weiter bewegt. Im Uhrzeigersinn. Das heißt also so, der Berserker, der ist erstmal auf diesem Feld hier aktiv. Und unser Meuchler muss ihm begegnen. Er könnte seine Meuchelfähigkeit benutzen. Allerdings verbietet sie ihm... Ich versuche mal hier die Kamera erstmal wieder abzustellen. Sie verbietet ihm allerdings den Einsatz seiner Meuchlerfähigkeit. Ähm, wenn das Monster erst gezogen wird. Ähm, er kann sowas also nur gegen Figuren einsetzen, die schon auf dem Feld liegen. Ähm, wird er also später dem Berserker, der, äh, dann weiter wandert, nochmal begegnen als offene Karte. Dann darf er das machen. Ähm, und er darf es natürlich auch bei Charakteren machen, die ja ebenfalls, ähm, offen herumstehen. So, ein Kampf läuft jetzt folgendermaßen ab. Einer der Spieler würfelt für den Feind und, äh, der Spieler des Meuchlers würfelt für seinen. Und wir fangen mal mit dem Berserker an. Der würfelt jetzt hier eine 4. Diese 4 wird zu seiner Kampfstärke von 3 addiert, sodass er eine Kampfkraft von 7 hat. Der Meuchler hat eine Kampfkraft von 5, ist also schon mal durchaus ein Vorteil und darf eben auch einen Würfel hinzu addieren. Das machen wir jetzt auch mal. Der würfelt nur eine 2. Damit haben wir jetzt den Gleichstand. 7 gegen 7. Bei einem solchen Gleichstand, äh, passiert nichts. Keiner verletzt den anderen. Und die Karte des Monsters bleibt in diesem Feld hier liegen. Damit ist dann auch die Runde des Meuchlers vorbei. Das wird also nicht so lang durchgewürfelt, äh, in jedem Spielzug, bis, äh, irgendwie einer platt ist. Sondern es gibt eine Kampfrunde. Und in der nächsten Runde geht's dann weiter für den Meuchler. So. Ähm. Jetzt, äh, geht es, äh, schließlich mit unserer Wahrsagerin weiter, die, äh, würfelt auch mal und hat eine 6. Ja. Mit einer 6 kommen sie in jeweils die Eckfelder. Also sie kann nach oben in die Stadt gehen, wo der Dieb noch steht. Warum steht er da eigentlich? Den Dieb hatten wir doch bewegt, nicht wahr? Und zwar irgendwie auf die Ebene. Das habe ich völlig vergessen. So. Da auf der Ebene, da hat er die heilige Lanze gefunden. Sie könnte also in die Stadt da oben gehen. Da hat sie eine Reihe von Möglichkeiten, die auf dem, äh, Ecktext halt, äh, äh, angedruckt sind. Sie kann also eine Reihe von Leuten dort besuchen. Da gibt es einmal den, äh, den Arzt. Da kann sie Lebenspunkte für Gold heilen lassen. Sie kann, äh, den Zaubermeister der Stadt befragen. Das ist allerdings eine 50-50-Chance etwa. Man würfelt mit dem W6 und die Hälfte der Ergebnisse ist eher negativ, die andere positiv. Das ist also eine gewisse Chance, äh, dort. Oder sie kann zum Alchemisten gehen und dort kann sie Gegenstände einschmelzen lassen. Beispielsweise Dinge, die sie nicht mehr braucht, weil sie vielleicht bessere gefunden hat. Äh, und das gibt ihr dann jeweils ein Goldstück pro abgelegtem Gegenstand. Sie könnte allerdings auch hier unten in das Dorf gehen. Ja, gucken wir mal näher drauf. Ein bisschen auf das Dorf. So, hier sehen wir, dass sie, ähm, einen der folgenden Einwohner besuchen darf. Da gibt es einmal den Heiler. Ähm, auch der ist eh der Arzt. Der heilt ihr die Lebenspunkte zurück für einen Goldsack pro Lebenspunkt. Und sie könnte zum Schmied gehen. Er verkauft ihr Gegenstände. Dort sind die Preise, die sind etwas höher als auf dem Markt. Oder auf dem Bazar, den man ziehen kann. Als, als Begegnungs-, als Abenteuerkarte. Ähm, aber das Geld hat sie eh nicht, um sich dort was zu kaufen. Insofern ist das nicht interessant. Sie könnte aber auch zum Mystiker gehen. Und ihn um Rat bitten. Der wirft ihr dann, äh, die Knochen, die, äh, legt ihr die Karten. Und man würfelt dann hier auf einer Tabelle, die man hier am Rande sieht, was dort passieren kann. Und das wird sie jetzt auch machen. Dafür wird sie sich jetzt entscheiden. Und sie geht von der Kapelle in den Dorf. So. Sie möchte dann den Mystiker aufsuchen. Das tut sie dann auch. Sorry, dass ich hier so ein bisschen rumfummeln muss gerade mal mit der Kamera. Ähm, und sie würfelt hier, äh, macht hier ihren Wurf. Und das ist die 5. So, bei der 5 lesen wir hier, du erhältst einen zusätzlichen Talentpunkt. Bingo. Das ist natürlich super. Und, ähm, wir können dann hier unserer Wahrsagerin einen weiteren Punkt Talent hinzulegen. Ihr seht also, dass die Werte natürlich, äh, steigerbar sind und, äh, verbesserbar sind. Das ist auch dringend notwendig, um den späteren Herausforderungen die Stirn bieten zu können. Insbesondere in der, äh, inneren Ebene des Spiels, äh, wo halt zum Teil wirklich, ähm, es darauf ankommt, ob man überhaupt weiter gelangt im Spiel, ähm, und da sind hohe Werte in Stärke und oder Talent natürlich sehr wichtig. Man kann sich im Spiel durchaus auf eines von beiden so ein bisschen einschießen, je nachdem, was einem da mehr liegt oder wo man eher rankommt. Und da oben dann den Weg wählen, auf dem diese, diese Eigenschaft halt eher geprüft wird. Aber es empfiehlt sich generell, alle Eigenschaften ein bisschen zu steigern. Darunter zählen übrigens auch, oder dazu zählen auch die Lebenspunkte, die man ebenfalls steigern kann. Ja, aber von der Ebene sind wir noch weit entfernt, ähm, und auch jetzt ist der Zug der Wahrsagerin beendet. Ähm, wenn sie übrigens Wahrsager, äh, nicht Wahrsagerkarten, wenn sie Abenteuerkarten aufnimmt, Abenteuerkarten, äh, aufnimmt, ähm, dann darf sie immer eine zusätzliche ziehen. Und sich für einen von beiden entscheiden und die andere ablegen. Das ist natürlich sehr hilfreich für die Wahrsagerin, ähm, denn sie kann damit ein bisschen beeinflussen, nicht gerade dem schlimmsten Ereignis zu begegnen, wenn sie jetzt nicht muss oder möchte. Außerdem darf sie in die Zauberkarten anderer Spieler reinschauen, die, äh, allerdings in unserem Fall nicht mit Zauberkarten beginnen. Der Dieb mit seinem Talent von 3 wäre ja durchaus, ähm, befähigt, Zauber einzusetzen. Also einen Zauberspruch darf er haben. Aber er beginnt das Spiel nicht mit einem solchen. Wenn das so wäre, würde es auf der Charakterkarte eben vermerkt sein. Aber im Zauber kann man natürlich rankommen im Laufe des Spiels. Ja, damit ist die erste Runde von Talisman abgeschlossen. Und, äh, es würde jetzt wieder beim Meuchler, äh, nee, gar nicht wahr, beim Dieb weitergehen. Äh, falls ich das jetzt nicht durcheinanderbekommen habe vorhin. Ähm, und auch der macht wieder seinen Wurf. Hat hier eine 6 gewürfelt. Der könnte, äh, ähm, da zieht hier mal ein Feld, zwei Feld, drei Felder, vier, fünf und sechs hier unten in das Waldland. Dort zieht er auch eine Abenteuerkarte vom Stapel. Und er findet den Quell der Weisheit in diesem Waldland. Das ist ein Ort. Das ist wieder eine neue, äh, Kartenart. Orte sind in der Regel für eine, äh, also entweder permanent oder für eine begrenzte Zeit auf dem Feld anzufinden. Und in diesem Fall, wenn diese Karte aufgedeckt wird, müssen sofort vier Talentpunkte platziert werden. Du darfst dich einmal pro Besuch an diesem Quell laben, um dadurch dein Talent um einen Punkt zu erhöhen. Sind alle vier Talentpunkte verbraucht, versiegt der Quell und entspringt so dann auf dem Ablagestapel. So, das heißt, also hier bleibt die Karte offen liegen. Was das jetzt noch bedeutet, außer der Tatsache, dass man da jetzt Talentpunkte tanken kann für Lau, äh, ist, dass man hier keine Karte mehr zieht. Es liegt eine aus und dadurch, ähm, muss man bei weiterer Ankunft auf dem Waldlandfeld auf diesem keine weiteren Abenteuerkarten ziehen. Das gleiche gilt ja auch hier für den Berserker, solange der dort eben ist und noch nicht besiegt wurde. Ja, der Dieb lässt sich da auch nicht lange bitten und, äh, nimmt mal einen kräftigen Schluck, äh, sodass wir sein Talent, hier unten mal gleich auf vier erhöhen und die drei benutzen, um die verbleibenden Talentpunkte auf dem Quell anzuzeigen. Gut, weiter geht's mit dem Spieler des Meuchlers, der eine Eins würfelt, ja. Nun muss er sich natürlich entscheiden, äh, wo er lang will und für ihn, äh, gibt es jetzt leider nur die Qual der Wahl, äh, beziehungsweise, ja, das Größere von zwei Übeln. Wenn er in die Kapelle geht, dann wird er, weil er die Gesinnung böse hat, leider, äh, sofort einen Lebenspunkt verlieren. Also, die positive Aura des Lichts in der Kapelle, die, äh, die mag er gar nicht, äh, da wird ihm schlecht. Er kann natürlich dann auch, äh, stattdessen jetzt von hier in, ähm, in die Felsklippen latschen. In den Felsklippen muss er würfeln und da besteht zumindest eine Chance, dass ihm da nichts Schlimmes passiert. Und deswegen, äh, wird er sich für die Felsklippen entscheiden. Da ist ja der Verlust des Lebenspunktes nicht gerade sicher. Tja, so, ja, Katzenbesuch. Dexi, danke, dass du runtergehst. So, dann schauen wir mal, was da passiert. Er muss doch nämlich einen Würfel würfeln. Das machen wir jetzt auch. Eine Fünf. Und dort lesen wir dann bei der Fünf, das kann man jetzt hier vielleicht nicht erkennen, deswegen gucke ich mehr zur Seite, bei Vier oder Fünf kein Zwischenfall. Nichts Gutes, aber auch nichts Schlechtes passiert. Passt. Möglich wäre dort, dass er verloren geht und eine Runde aussetzen muss in den Klippen. Möglich ist auch, dass er dort auf einen, äh, ja, Ortskundigen trifft, sozusagen, der, äh, ihn dort hinausgeleitet, wodurch sein Talent um eins steigt. Generell beschreibt Talent eben ein bisschen die geistige, mentale Kapazität eines der Abenteurer hier und ist eben ja auch das Attribut, über das man die Zauber wirkt und so etwas, während eben Stärke mehr die Gesamtheit körperlicher Leistungen quasi beschreibt, also athletischer Dinge. Ja, damit ist der Meuchler durch und unsere Wahrsagerin ist wieder dran. Sie würfelt auch nochmal, sie würfelt eine Vier. Sie könnte jetzt, äh, eins, zwei, drei, das reicht leider nicht, zum Wächter gehen. Von dem muss sie sich nicht fürchten, wenn sie nicht, äh, die Ebene wechseln möchte, solange tut er nämlich nichts. Ähm, dort ist ansonsten ein Feld, wo man auch eine Karte zieht, wie bei den meisten anderen Feldern der äußeren Region. Sie könnte aber auch hier nach oben gehen, auf dem Weg in die Dorfschenkel, die dort oben in der Ecke ist. Ja, der Kleffer von nebenan. Eins, zwei, drei, vier. Sie würde aber nur in die Ruinen kommen. Und die Ruinen sind, äh, das Feld auf der äußeren Region, wo man zwei Karten zieht. Aber sie ist, äh, mutig, sie hat ja die Kraft der Wahrsagung und deswegen wird sie diese Reise mal wagen, noch dorthin. Und in dem Ruinenfeld wird sie jetzt mal zwei Karten ziehen. In diesem Fall allerdings, äh, drei Karten, denn sie darf ja, ähm, einem zusätzliche Abenteuerkarte ziehen. und sich dann zwei davon aussuchen. Dann machen wir das mal, wir schauen uns mal an, was sie da zieht. Da hat sie einmal einen Ort gefunden, das ist eine geheime Tür. Schauen wir uns gleich mal an. Dann zieht sie nochmal weiter. Den Teich des Lebens, das klingt auch nicht schlecht, noch ein Ort. Und noch eine Karte, oh ja, Monster, ein Ogre. Ja, das Monster wird sie natürlich angreifen. Und da Stärke nicht gerade ihr Talent ist, sie hat dann nur zwei und der Ogre schon Stärke vier hat, ist das natürlich riskant für sie. Die Wahl ist hier natürlich gar nicht so schwierig. Sie wird den Ogre wahrscheinlich erstmal außen vor lassen. Es gibt eigentlich einen guten Grund, Kämpfe in dieser Welt von Talisman zu bestreiten. Und der liegt darin, dass Ogre, also das Feinde, die man besiegt, als Trophäe auf die Hand genommen werden. Also nehmen wir an, sie hätte diesen Ogre hier bezwungen, dann darf sie ihn sich als Trophäe zu ihrer, zu ihrem Charakterbogen legen. Wenn man insgesamt im Spiel mindestens sieben Stärkepunkte an Monstern bezwungen hat, dann darf man diese Karten eintauschen und seine Stärke um einen erhöhen. Das ist quasi wie Erfahrungspunkte in einem Rollenspiel, die man bekommt und so wird man dann eben langsam besser. Das gleiche gilt übrigens für Feinde, die über Talent angreifen. Die gibt es nämlich auch, wie zum Beispiel Geister oder andere Wesen, die man dann eben aber auch mit Talent bekämpfen muss, statt mit Stärke. Und auch die kann man sammeln und dann für sieben Talentpunkte, die man an Monstern gesammelt hat, darf man die M auch eintauschen und sein Talent dann um einen Punkt erhöhen. In diesem Fall aber wird sie den Ogre abwerfen, auf den Ablagestapel und sich den beiden Orten stellen. Und ja, die in einer beliebigen Reihenfolge, fangen wir mal mit dem Teich des Lebens an. Wenn die Karte aufgedeckt wird, das ist wie der Quell der Weisheit, den wir eben hatten, dann werden dort Lebenspunkte draufgelegt, vier Stück und man darf sich daran laben. Das machen wir mal. Und sie wird natürlich davon auch gleich einmal trinken. Erhöht damit ihre Lebenskraft um einen Punkt schon mal und die restlichen drei legen wir auf den Teich da oben. So, und dann haben wir noch die Geheimtür. Du kannst durch diese Geheimtür gehen. Hast du dich dafür entschieden, nimm zunächst drei neue Abenteuerkarten auf und lege die Geheimtür auf den Ablagestapel. Wenn du nicht durch die Tür gehst, bleibt sie in diesem Feld liegen, bis ein anderer Spieler hindurch geht. Also nochmal, drei ziehen ist ja jetzt zu riskant, deswegen lässt sie die Geheimtür in den Ruinen erstmal umberührt und ihr Zug endet dann dort. Ja, ich denke mal, dass über diese zwei Beispielrunden, die wir jetzt mal gemacht haben, das Konzept von Talisman ausreichend rübergekommen ist. Es gibt einiges zu entdecken, wie gesagt, der Abenteuerstapel ist dick, da verstecken sich allerlei Ereignisse, seltsame Fremde, mögliche Begleiter für die Helden, Schätze und natürlich auch einen Raufen Monster stellen sich da, also geben da ihr Stelldich ein und lassen sich halt im Laufe des Spiels dort ziehen und man muss ihnen begegnen. Und so baut man also Runde für Runde, versucht man halt, seinen Charakter ein bisschen aufzubauen, ja, muss halt natürlich irgendwann sicherlich auch mal Kämpfe bestreiten, wobei es ja auch Möglichkeiten im Spiel gibt, dass man die Punkte über zum Beispiel Besuche bei bestimmten Leuten in Örtlichkeiten oder so etwas erlangt, statt über das Sammeln von Talent- und Stärkepunkten von Monstern. Aber immer sollte man den Kämpfen eher nicht ausweichen, denn die haben natürlich dann sozusagen ihre Vorteile und man muss wirklich ein bisschen seine Sachen ausbauen, also mit einem Talent, von 5 wird man wahrscheinlich hier in der oberen Region wie auch keinen Blumentopf gewinnen, wenn man dort mal ankommt. Und ja, was passiert denn eigentlich, wenn man da oben ankommt? Also, wer als erster das Feld der Krone der Herrschaft erreicht am Ende des Spiels, der setzt sie sich quasi auf und wird dadurch in die Lage versetzt, den Zauber der Herrschaft oder so etwas in der Art zu sprechen. Und das jede Runde, wenn man dran ist, einmal. Man bewegt sich also nicht mehr, man bleibt dort stehen und wenn man dran ist, dann wählt man einen der anderen möglicherweise noch verbliebenen Mitspieler aus oder Mitspielerinnen beziehungsweise deren Abenteurer und wirkt diesen Zauber. Da würfelt man dann mit einem W6, wie man das halt hier immer so macht mit dem W6 und bei einer 1 bis 3 passiert nichts. Der Zauber funktioniert quasi nicht oder hat keine Wirkung. Bei einer 4 bis 5 wird der Abenteurer sozusagen mental von der Krone der Herrschaft befehligt aufzugeben. Das darf der Spieler mit dem Abenteurer natürlich ablehnen und dann verliert er einen Lebenspunkt. Und das Spiel geht weiter. Das heißt also, man ist nicht, wenn man dort oben steht, hat man nicht sofort gewonnen. Es besteht also durchaus die Möglichkeit für die anderen Spieler, wenn sie denn nicht völlig abgeschlagen noch in einer äußeren Region zum Beispiel rumeiern, aufzuschließen und dann den Kampf um die Krone der Herrschaft auf dem Feld auszutragen. Wenn man nämlich mit einem zweiten Abenteurer hier oben ankommt und da steht schon einer, dann darf man den bekämpfen. Das heißt, man muss ihn sogar bekämpfen. Dieses Zaubern, dieses Herrschaftszaubers bleibt aus, bis da oben der Streit geschlichtet ist und einer noch übrig ist, dann darf man fortfahren mit dem Zauber, um die anderen in die Knie zu zwingen. Und wer am Ende dann übrig ist oder wenn alle aufgegeben haben und dann ist halt der Abenteurer, der oben auf dem Herrschaftsfeld steht, der Gewinner von Talisman. Jo. Ich denke, dass auch Talisman in unserer heutigen Zeit noch ein durchaus lohnenswertes Spiel ist. Ich persönlich habe es seit ich als Spieler eigentlich immer so, als es natürlich ein Einsteigerspiel, es ist relativ einfach, wie ihr gesehen habt. Man kann in Talisman halt unglaubliche Geschichten erleben, weil nur der Zufall sowas schreiben kann. Andererseits ist das natürlich auch genau das Manko für andere Spieler oder Spielerinnen, die halt einfach mehr Kontrolle in ihrem Brettspiel haben wollen über bestimmte Aspekte, die vielleicht irgendwas besser planen wollen. Das ist verständlich, aber man nichts erzeugt sozusagen den, ja, den Thrill, also den möglichen Thrill in einer Talismanrunde so sehr wie die Unvorhersehbarkeit der Karten, auf die man trifft und wie man dann dort durchkommt. Manchmal schafft man das auf dem Zahnfleisch oder im Haaresbreite noch und ja, das ist dann durchaus ein tolles Gefühl, wenn man das gerade noch so im letzten Drücker irgendwo geschafft hat und dem eigentlich sicheren Tod noch von der Schippe gesprungen ist. Und ja, wer übrigens stirbt in dem Spiel, der darf mit einem neuen Abenteurer auf dem Startfeld wieder beginnen. Ich muss gestehen, ich habe den Passus jetzt gerade nicht mehr nachgelesen. Es kann auch sein, dass man alle seine Karten verliert und mit den Grundwerten nochmal beginnen kann und den Charakter auch behält. Das kann sein. Aber also ein richtiger Exitus in dem Spiel glaube ich, gibt es nicht, obwohl es natürlich in der Form die Spieler-Eliminationen gibt. Spätestens dann, wenn eben dieser Herrschaftszauber gesprochen wird, dann kann man natürlich nicht mehr zurück ins Spiel kommen. Dann ist es vorbei. Ja, das Manko der Zufälligkeit, das für manche bei dem Spiel hier vorherrschen mag, und was ich halt absolut verstehen kann, ist natürlich auf der anderen Seite, wie ich eben sagte oder ausführte, eben das Feature dieses Spiels. Und dadurch, dass man halt mit seinem Charakter, seinen individuellen Fähigkeiten und den Karten, die man natürlich immer wieder anders zieht auf irgendwelchen anderen Feldern in anderer Kombination, entsteht halt eine sehr, sehr hohe Wiederspielfähigkeit oder hat das Spiel einen hohen Wiederspielwert. So einem eben das Grundkonzept gefällt. Und ja, es bietet sich halt an und ich glaube, den Satz habe ich nicht ganz zu Ende gebracht vorhin. So habe ich es zeitlebens halt immer auch betrachtet und gespielt als ein Beer and Pretzels Game, also so ein Spiel, wo man ja nicht viel taktische Planungen benötigt, was man so casually also so frei einfach mal so ein bisschen zocken kann. Dann bringt man ein Bierchen dazu und klönt gut mit Freunden, kann man sich dabei irgendwelche Geschichten erzählen und gleichzeitig eben so eine kleine Fantasy-Abenteuer-Geschichte erleben. ja, und das ist der Appeal, das ist der Reiz von Talisman, den es bis heute meiner Meinung nach behält behält und das sehen auch viele andere so, denn Talisman ist bis heute im Druck mittlerweile in der vierten oder fünften Iteration, also die vierte Auflage nochmal neu aufgelegt, irgendwie so etwas, also aktuell gibt es das wieder zu kaufen, ich glaube bei Pegasus ist es jetzt, die haben die Talisman-Lizenz, vorher hatte sie Fantasy Flight Games und als Verlängerung auch der Heidelberger Spiele Verlag und nun ist es wieder bei Pegasus gelandet, in der Aufmache und dem Look, den Fantasy Flight Games dem Spiel in der vierten Edition verpasst hat und der eben auch recht hübsch ist, aber eben meine persönlichen Lieblinge und wahrscheinlich auch der Nostalgie geschuldet, eben dieser Ausgabe, die Gary Chalk illustriert hat, meiner Meinung nach nicht das Wasser reicht, aber das ist, ja, Kritik auf hohem Niveau oder Meckern auf hohem Niveau, die Fantasy Flight Ausgabe sieht auch wirklich toll aus, also ist ein ganz anderer Stil irgendwie, aber auch sehr schick. Ja, das Ganze habe ich ja hier so sehr spontan jetzt einfach mal aufgenommen, denn gerade heute habe ich nochmal eine Partie gespielt auf unserem Spieletreffen, unserem monatlichen in Wolfsburg, deswegen nochmal kurz ein paar Sachen, also es gibt hier auch Kaufkarten, um mal kurz die anderen Karten zu zeigen, man kann eben an bestimmten Orten wie dem Dorf oder auf Marktplätzen eben Karten kaufen, da darf man sich die alle durchschauen und sich dann die Karte nehmen, man kann an bestimmten Orten oder durch Würfelwürfe in Kröte verwandelt werden, dann ist hier nochmal aufgeführt, was man dann tun muss, dann darf man sich nämlich auch nur noch ein Feld bewegen, verliert alle Begleiter natürlich, das ist eine ein nicht so schönes Schicksal, bevor man dann wieder normal wird, die Talismane sind hier natürlich drauf und das ist auch das Logo der englischen Ausgabe, das hier auf dem deutschen Coverdeckel hier nicht zu sehen ist und ja, dann kann man natürlich auch noch die Gesinnung wechseln, das ist auch möglich im Laufe des Spiels, die haben sich hier irgendwie einfach mal den Rückendruck auf der einen Seite angepasst und den Kartentext auf der anderen jedenfalls kann man eben statt eben man kann gut und böse werden man kann böse und dann wieder gut werden das ist möglich durch den Zufall oder ja, durch Zauber kann das passieren ja, noch zu den Mankos mal so am Rande kurz dieser Edition die mitgelieferten Plastikhalter hier, diese Standfüße für die Karten die sind herzlich wenig wert ich werde hier mal mal eine neue Karte nehmen, den Ritter die hier einsetzen ja, ihr seht schon das bringt gar nichts ich habe diese Figuren hier präpariert indem ich zwei Pappmarker für Stärke oder was das ist Talent hinten mit reingesteckt habe dann sitzt er einigermaßen fest drin ohne so fest zu sein dass ja die ganze Zeit Einkerbungen auf der Karte entstehen das ist halt das ist halt so ein Problem die Kartenqualität geht in Ordnung es sind halt Pappkarten die sind nicht groß laminiert da muss man also auch aufpassen die saugen Wasser und andere Flüssigkeiten auch dann sofort auf und das ist eben die Produktionsqualität der 80er Jahre die da bei Brettspielen links nicht so hoch war wie heute logischerweise ja und die Pappmarker die sind natürlich auch nicht gerade prickelnd aber das kann man natürlich auch durch hübschere Gegenstände Glasperlen oder irgendwas kleine Würfel oder so etwas abändern ja Talisman ein moderner Klassiker des Fantasy Brettspiels und also jetzt steht die Kamera und ja ich hoffe dieser kleine Einblick nochmal zu meiner doch immer noch Lieblingsedition auch wenn sie natürlich längst nicht so viele Erweiterungen hat wie die vierte und auch noch aktuelle Edition ist halt meine Lieblingsedition das ist halt wie gesagt meiner Liebe für die Bilder von Gary Jork geschuldet das Spielkonzept hat sich nicht großartig verändert in den weiteren Editionen insofern gilt es immer noch als repräsentativ in diesem Sinne wünsche ich euch immer einen Lebenspunkt auf dem Charakterbogen und einen Talisman der euch beschützt macht's gut das Spielkonzept